ihr mit dabei sein könnt und wir sind dem Herrn gehorsam vorwärts zu gehen mit Lehre. Halleluja. Vater, in dem mächtigen Namen Jesus, danken wir dir für deine Gegenwart, die hier heute Abend an diesem Ort ist. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns führt und leitet in alle Wahrheit hinein. Und Vater, ich bete, so wie wir vorwärts gehen mit deinem Wort, dass du uns die Sicht schenkst, mehr und mehr Sicht. Vater, du sagst, so wie der Feind reinkommt, dass dann wie eine Flut der Heilige Geist eine Standarte dagegen aufrichtet. Und wir wissen, Vater, dass du dein Wort bestätigst, mit Zeichen und Wundern, die folgen. Wir wissen, dass wir in der Zeit der Ernte leben. Also, Vater, wie wir mehr und mehr uns füllen mit deinem Wort, so wie wir im Heiligen Geist beten und uns in unserem Inneren auferbauen, Herr, so wird unser Becher überfließen und dieser Becher wird hineinfließen, hineinströmen in die Welt. Und überall, wo wir hinkommen, werden Dinge sich verändern. Danke dir für deinen Heiligen Geist, der wirklich uns führt und leitet in alle Wahrheit hinein. In dem Namen Jesus beten wir. Amen. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen. Könnt euch setzen. Ihr seid großartig. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist ein Bericht vom Frühregen. Es ist ein Bericht der Ausgießung des Heiligen Geistes, mit dem die Gemeinde startete. Und gestern Abend sahen wir im Buch Haggai, dass die Herrlichkeit des letzten Hauses größer sein wird als die des früheren Hauses. Die Herrlichkeit des späteren, des späteren was denn? Die Herrlichkeit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als die Gemeinde startete, nach der Auferstehung des Herrn Jesus, am Pfingsttag, da kam der Geist Gottes in einem plötzlichen Moment. Und er füllte die 120 Leute, die warteten. Und sie empfingen Gottes Kraft und eine Ortsgemeinde startete in der Stadt Jerusalem. Und aus dieser Ortsgemeinde kam dann die Bewegung Gottes hervor für die Welt. Sie kam rein in die Stadt Jerusalem. Sie ging nach Judäa und nach Samaria. Und dann weiter hinein in den Rest der Welt. Und das ist weiter so gegangen bis in unsere heutige Zeit. Aber da ist mehr. Weil das Wort sagt, dass die Herrlichkeit des letzten Hauses und das bezieht sich auf das Haus Gottes, das Letztere ist am Ende, das Frühere war am Anfang. Also am Ende des Gemeindezeitalters wird also eine noch größere Ausgießung des Heiligen Geistes sein, als zu der Zeit, als die Gemeinde startete. Und wenn wir also diese Apostelgeschichte studieren, wollen wir das in diesem Licht tun. Und wisst ihr, als ich mich dafür vorbereitete, da war es in meinem Herzen, dass ich ein bisschen über die Azusa-Street-Erweckung nachdachte. Und wenn ihr von dieser Azusa-Street-Erweckung gehört habt, dann wisst ihr, dass durch diese Bewegung Gottes sich dort Menschenmengen, dass Menschenmengen die Taufe im Heiligen Geist empfingen und in neuen Zungen redeten. Eine gewaltige Bewegung Gottes. Und es hat sich nicht nur allein in Amerika ereignet, sondern es hat auch viele Nationen dann berührt. Inklusive Deutschland. Und die Azusa-Street haben viele Kalifornien zugeschrieben. Aber tatsächlich hat diese Bewegung ihren Anfang gehabt, in dem Staat, aus dem ich herstamme. Es hat tatsächlich angefangen in einem Ort, der hieß Topeca und der ist in Kansas. Und es hat angefangen mit einer Gruppe Studenten und wenn ich mich richtig erinnere, waren es sogar diesmal auch 120 Studenten. Und wisst ihr, was sie taten? Sie studierten die Apostelgeschichte. Und plötzlich war es bei dieser Gruppe Studenten und die Gruppe wurde angeführt von einer Dame, die hieß Agnes Parham. und die Kraft Gottes fiel auf diese Gruppe Studenten und sie fingen an, in neuen Zungen zu reden. Und dann hat es immer weiter zugenommen und ist drüber geschwappt nach Kalifornien in die Azusa-Street und von da aus ging es dann in die ganze Welt. Also Großes kann von kleinen Orten her stammen. Und dieses Buch hier, die Geschichte davon, hat angefangen mit einer kleinen Gruppe von Leuten. Und so möchte ich, dass wir in dieser Weise denken, dass, wo die Welt sagt, dass wir als Gemeinde oder dass die Christen in der Welt gesehen nur ein kleines Häufchen sind, ohne Kraft und total schwach, und man kann beobachten, wie die Welt und die Medien wirklich versuchen, die Gemeinde sozusagen zu begraben und versuchen, ihres so groß zu machen in der Welt. Aber wisst ihr was? Was in der Gemeinde ist, ist viel größer als das andere. Denn größer ist der, vergesst das niemals, größer ist der, der in euch ist, als der kleine, der in der Welt ist. Und alles was der Teufel ist, ist eigentlich nichts anderes als ein zahnloser Löwe. Er ist ein Löwe, der eigentlich keine Zähne mehr hat gegen die Gemeinde. Das Wort sagt ja, er brüllt wie ein Löwe. Aber wenn du weißt, wer du in Christus bist und wenn du weißt, was du hast und was Gott tun möchte, dann ist er ein zahnloser Löwe. Und Gottes Brüllen durch seine Gemeinde ist viel größer. Gott wird das letzte Wort haben. Und das sahen wir bereits bei unserer Lehre über das Buch Daniel. All diese irdischen Königreiche werden, so sagen, zusammenbrechen. Jesus kommt wieder. Und wir haben das, was er hat, in uns drin. Also das ist jetzt deshalb keine Zeit für die Gemeinde, sich zurückzuziehen, sondern erst recht die Zeit, aufzustehen und zu brüllen. Zu brüllen mit der Kraft Gottes, zu brüllen mit dem Wort Gottes, Gottes Wort zu lehren und zu predigen wie nie zuvor. Und Gottes Wort rauszubringen, so schnell wie nur irgend möglich, weil wir nicht mehr viel Zeit übrig haben. Und dann, so wie wir es rausbringen, wird Gott es bestätigen. Er wird es bestätigen. Er wird es bestätigen. Mit Zeichen und Wundern. Er braucht nur die Leute, die im Glauben stehen, dass er damit wirken kann. Lass uns also fortfahren mit dieser Lehre über diesen Spätregen. Und warum sagt man Spätregen, weil in der Apostelgeschichte der Frühregen war? Weil Regen dasselbe ist. Die Farbe, also das, wie das alles aussieht, ist dasselbe. Ob man nur ein bisschen Regen hat oder mächtige Regengüsse, die Farbe ist in jedem Fall dasselbe. Der frühere Regen, der frühere Regen, der frühere Regen war also ein Regen, der Spätregen ist derselbe, aber größer als der frühere, gewaltiger, mächtiger als das frühere. Jedes Mal also, wenn wir Heilungen und Wunder sehen, jedes Mal, wenn wir Gemeinden neu gepflanzt sehen, jedes Mal, wenn wir Menschen sehen, dass sie die neue Geburt empfangen, jedes Mal, wenn wir sehen, dass Menschen die Taufe im Heiligen Geist empfangen, jedes Mal, wenn wir Manifestationen von Träumen und Visionen, also Übernatürliches erleben, und jedes Mal, wenn wir erleben, dass Gottes Wort bisher unerreichte, unberührte Gebiete der Erde sehen, und wo wir sehen, dass Leiter an Positionen von Herrschaft und Regierung kommen, wo wir sehen, dass religiöse Leute überführt werden, wo sie von ihrem hohen Ross runtergehauen werden, und wo sie vielleicht auch drei Tage blind sind, und Gott sendet dann eine Leidenpersonen und der hingeht dann zu einem der Hauptverfolger der Gemeinde spricht, und diese Person empfängt die Errettung und die Taufe im Heiligen Geist und zieht dann los, um einer der führendsten Apostel überhaupt zu werden, und Engel kommen rein in Gefängnisse, wo sie festgesetzt in Ketten sind, und die Ketten fallen einfach so ab, und sie brauchen das Gesetz, um rauszukommen, er kannte das Gesetz, versteht ihr? und der Kerkermeister wurde errettet und seine ganze Familie noch obendrauf, und die Kraft Gottes fällt auf eine ganze Gruppe von Leuten, in Samaria, und sie fängt an, in Zungen zu reden, und schockt eine Gruppe von Leuten, die denken, dass sie die einzigsten seien, könnt ihr all das sehen? Das ist die Apostelgeschichte, das ist Regen, das ist Regen, das ist Regen, und das kann man immer und immer und immer wieder auf dieselbe Weise sehen. Es gibt einen Teufel, und der ist echt, und er ist gegen die Gemeinde. Und wo er dagegen ist, ist im Grunde genommen das Wort. Und er will, dass die Gemeinde aus dem Glauben heraustritt und in Angst verfällt. Also sollte uns das nicht groß schocken, weil Gott einen größeren Plan hat als der Teufel. Also fokussieren wir uns nicht darauf, was der Teufel tut, sondern darauf, was Gott tut. Halleluja! Lasst uns also hier reinschauen in Apostelgeschichte, Kapitel 1. Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus. Theophilus, according to Josephus, was a high priest. Und Theophilus war gemäß dem Josephus ein hoher Priester. Also offensichtlich geht es hier um einen hohen Priester, der von neuem geboren wurde. Das ist kräftig. Ein jüdischer hoher Priester, der von neuem geboren wurde. Ein jüdischer hoher Priester, der von neuem geboren worden ist. I was thinking about that a few weeks ago when I was with Pino in the Catholic Church in Nürnberg. Wisst ihr, ich habe da vor einigen Wochen darüber nachgedacht, als ich mit Pino in Nürnberg in einer katholischen Kirche war. Das war ja kein jüdischer Priester, das war ja kein jüdischer Priester, aber ich dachte im Zusammenhang daran. Weil wir die Möglichkeit bekamen, dort in diese Kirche reinzugehen und dieses Lebenszeugnis zu geben und dadurch das Evangelium zu verkünden, damit die Menschen Gebet empfingen, um Errettung dabei in Jesus Christus zu empfangen. Und ich erwarte noch mehr von diesen Dingen. Amen. Da ist also der Regen. Da gibt es die Manifestation des Frühregens. Ein religiöser Führer, der nicht errettet war. Der vom Weg abgekommen war. Jesus, der Weg, die Wahrheit, die Leben, der Savior, der Messias. Jesus aber, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der verheißene Messias und der Mann, der in einem System gewesen ist, wo es nur um Werke ging, um irgendwie in einen richtigen Stand vor Gott zu kommen. Und dann ist aber was passiert mit diesem Theophilus, dass es so weit ging, dass Lukas diesen Brief für ihn schrieb, diesen Bericht verfasste. Halleluja! Wir können also solche Dinge erwarten, dass sie heute geschehen. Ja, Amen. Wisst ihr, als ich in Passau war, da war dort eine Familie. Und der Freund eines Bruders wurde von Krebs geheilt. Also ein Freund von mir. Also der Bruder von einer Freundin von mir wurde von Krebs geheilt. Und als dieser Mann geheilt wurde, da war da ein Priester, weil er Mitglied in der katholischen Kirche war. Und der Priester kam dann zur Familie. Und die Familie hat mit diesem Priester dieses Zeugnis geteilt, was geschehen ist. Und dieser Priester nahm seine Bibel und hat sie zusammengerollt. Weil sie ihm zeigten, woraufhin dieser Mann geheilt wurde und dass er in Christus Jesus geheilt wurde. Und niemand konnte das abstreiten. Er war komplett geheilt. Alles war verschwunden. Er war sterben. Denn er war komplett geheilt. Alles war verschwunden. Und früher ist er im Sterben gelegen. Und der Priester hat seine Bibel zusammengerollt. Und er schlug sie auf den Tisch. Und nachdem sie die Rettungsbotschaft mit ihm teilten, sagte er, ich weiß, dass ihr recht habt. Ich weiß, dass ihr recht habt. Aber er sagte, ich kann jetzt trotzdem nicht ablassen. Vielleicht ist er mittlerweile rausgetreten. Aber versteht ihr, Gott hat das gebraucht, um in sein Herz zu kommen. Dass das nicht ein religiöses System war, sondern die Realität. Und er hat viel davon zu tun, zu wirken in diesen letzten Tagen. Amen. Ihr könnt euch aufschreiben, 1. Korinther 15, 3-8 und könnt dann runtergehen in Vers 3, denn das haben wir ja alles schon abgedeckt. Und diese Stellen haben zu tun mit all den Leuten, die Jesus gesehen haben nach seiner Auferstehung. Über 500 Leute sahen Jesus und konnten nicht erinnern, dass er der jetzige Jesus war. Über 500 Leute haben Jesus lebendig gesehen und konnten es nicht leugnen, dass er der Auferstandene Jesus Christus ist. Es heißt, dass er Auferstanden ist und erschienen ist für viele als ein sicheres Zeugnis. Amen. Also, lasst uns zu Vers 8 gehen. Sondern ihr werdet Kraft empfangen. Jesus hat ihnen in Vers 4 gesagt und da ging es um die Jünger. Natürlich ohne den Judas. Vielleicht hat das auch diese Gruppe der 70 beinhaltet, die von Zeit zu Zeit auch mit Jesus unterwegs waren. Die Familie Jesu. Und er befahl ihnen, dass sie zusammen warten sollten. Wenn man Wenn man in Johannes 20 reingeht, dann sieht man, dass die Bibel da berichtet, dass sie die neue Geburt bereits empfangen hatten. Also, das waren von neuem geborene Leute. Von neuem geborene Leute brauchen das, was Jesus gesagt hat, was sie bräuchten. Es ist eine Sache, zu neuem geboren werden. Danke Gott, wir sind Kinder von Gott, oder in der Familie von Gott. Und das ist großartig. Es ist großartig, dass ihr eine Beziehung mit ihm habt. Es ist großartig, dass ihr ein Sohn, ihr eine Tochter von Gott. Aber genauso wie wir im Natürlichen so gemacht sind, Kinder hervorzubringen, genauso sind wir gestrickt, auch im geistigen Kinder hervorzubringen. Und geistig will Gott durch uns das tun, was er durch Jesus gemacht hat. Und mit dem Heiligen Geist gibt es zwei Erlebnisse, da ist zum einen von neuem geboren zu werden, wo unser Inneres sich vollkommen verändert und die Frucht derart verändert wird und ganz neu wird. Und das wird im Johannes Kapitel 4 gefunden. Und das wird genannt eine Quelle des Wassers. Und dann geht man weiter hinein in Johannes das siebte Kapitel. Und da redet die Bibel darüber, dass aus unserem Inneren Ströme hervorfließen. Und das ist das zweite Erlebnis. Und das wird genannt die Empfängnis der Taufe im Heiligen Geist. Und diese Taufe im Heiligen Geist ist das, was einem Kind Gottes, einem Sohn oder einer Tochter Gottes dieselbe Fähigkeit verleiht, vorwärts zu gehen und dasselbe zu tun auf Erden, was Jesus getan hat. Die Apostelgeschichte ist also die Geschichte, dieser historische Bericht von dem, was die Gemeinde getan hat auf Erden. Halleluja! Also, in Vers 8, Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist auch der Grund, warum sie warten mussten. Weil sie diese Kraft brauchten. Ich meine, sie warteten nur 10 Tage. Jesus wartete 30 Jahre. Ist das nicht gewaltig und erstaunlich? Und nachdem diese allererste Gruppe diese Kraft empfangen hatte, von dem Moment an musste keiner mehr warten, um dasselbe zu empfangen. Und man sieht genau das, dass am selben Tag dann eine Menge von 3000 Leute die neue Geburt empfingen und obendrauf die Taufe im Heiligen Geist und anfingen, in neuen Zungen zu reden. Und dasselbe ist dann später in Samaria genauso passiert. Halleluja! Also, wisst ihr, wir müssen wirklich Menschen im Heiligen Geist taufen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist der Schlüssel. Diese Kraft, ein Zeuge zu sein. Diese Kraft, vorwärts zu gehen und das Wort zu geben, damit Gott das bestätigt, was wir geben, mit seinen Zeichen und Wundern. Es ist nicht nur, dass du das Wort geben sollst, sondern Gott möchte durch dich dann seine Zeichen und Wunder geben, um es zu bestätigen. Denn erinnert euch daran, der Himmel kommt auf die Erde durch die Gemeinde. Halleluja! Was hat Jesus gesagt in Markus 16? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Aller Schöpfung. Wer glaubt und getaufnet, wird errettet werden, und wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen ausbreiten. Sie werden in neuen Zungen reden. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es sie nicht schaden. Sie werden Schlangen aufheben. Und sie werden den Kranken ihre Hände auflegen. Und die Kranken werden sich wohlbefinden. Das ist der Befehl. Und dann warteten sie. Und dann empfingen sie die Kraft. Und dann heißt es, gingen sie vorwärts. Dann heißt es, Herr ging mit ihnen und wirkte mit ihnen, wo sie das Wort verkündigten. Und er bestätigte das verkündigte Wort mit seinen Zeichen und Wundern, die dem folgten. Es heißt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Die glauben. Es heißt nicht, diese Zeichen werden nur den Aposteln folgen. Oder den Propheten. Oder den Evangelisten. Oder den Pastoren. Oder den Lehrern. Es heißt hier, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Halleluja. Also diese Zeichen werden auftauchen an deiner Arbeitsstelle. Diese Zeichen werden auftauchen in deiner Nachbarschaft. Erinnert euch, wir hatten Mittwochabend ein Zeugnis. Eine ganz neue Gläubige, die berichtete, meine Nachbarn haben sich verändert. Warte, bis du diese Kraft empfängst, von der wir reden. Amen. Die Kraft, ein Zeuge zu sein. Wisst ihr also, die Apostelgeschichte ist also nicht nur ein Bericht der Handlungen der Apostel, sondern es sind tatsächlich die Taten der Glaubenden. Oder man kann sagen, die Taten des Leibes Christi auf Erden. Denn man hatte ja nicht nur Apostel und Propheten, die das Wort gaben, sondern es waren auch Leinleute. Denn in Jerusalem zog sie ja von Haus zu Haus und das waren nicht nur die Apostel, sondern das waren all die Leute. Sie waren dort draußen unterwegs und klopften an die Haustüren und fragten die Leute, hey, Jesus ist aus den Toten auferstanden, wollt ihr ihn annehmen? Und das Wort berichtet, dass der Herr der Gemeinde täglich Leute hinzufügte. Das ist also wirklich Zeugnis ablegen. Zeugnis zu sein bedeutet, das Wort zu geben und der Herr, der mitwirkt, um dieses Wort zu bestätigen mit Zeichen und Wundern. Es heißt, meine Zeugen seien in Jerusalem und in ganz Odea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf. und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das letzte Wort, also was Jesus ihnen sagte, denk mal drüber nach, das war das letzte Wort. Die Bibel sagt, dass er vieles predigte in dieser Zeit von 40 Tagen. Aber dann war das letzte Wort, ihr werdet Kraft empfangen. Er sagte, er sagte, wartet. Er hat, nachdem er auferstanden war, sie alle vorbereitet und fertig gemacht. Und er hat weiter über Gottes Königreich gesprochen. Und nochmals, direkt bevor er dann wegging von ihnen, fragten sie ihn, wann wird dein Königreich kommen? Denn sie hielten ja immer noch Ausschau nach dem Königreich und dachten, er wird sein Königreich mit sich bringen, als der Herr der Herren und der König der Könige, der König der Juden auf Erden. Und er sagte, wartet, weil da noch was anderes kommt, was genannt wird, das Gemeindezeitalter. Erinnert euch, wie wir es gelernt haben, dass diese jüdische Uhr zum Stoppen kam, nach jüdischer Zeitrechnung im Jahr 483. Und dann kommt diese 2000 Jahre Spanne Gemeindezeitalter und wir befinden uns am Ende davon. Wir müssen also uns in dieser Zeit des Spätregens befinden. Es muss so sein, es muss da sein. Wir sind in dieser Zeit für diese größeren Dinge. Wir sind in dieser Zeit von zunehmender Salbung. Wir sind in dieser Zeit von Zeichen und Wundern, Heilungen. Warum denn? Ernte! 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 Es geht um Ernte! Diese Kraft, die Gott uns gibt ist Durchbruchkraft. Es ist Durchbruchkraft. Es ist Kraft zum Durchbruch. Es ist für Menschen, dass sie erkennen, dass Gott wirklich lebendig ist. Sie ist dafür da, dass die Aufmerksamkeit der Leute ergriffen wird, dass sie zuhören zu dem oder dem zuhören, was ihr zu sagen habt. Es ist ein Zeichen. Was ist denn ein Zeichen? Wir stellen auch Zeichen oder Schilder da vorne hin, sodass die Leute wissen, dass wir da sind. Und so ist es auch ein Zeichen oder ein Schild, dass die Welt weiß, dass wir hier sind. Denn Gott zeigt sich selbst durch die Gemeinde. Verkrüppelte und Lahme laufen wieder. Hallo, ich bin hier. Ein blindes Auge wird wieder sehend. Hallo! Es sind Zeichen und Wunder, die die Menschen dazu bringen, sich zu wundern. Wisst ihr, wir hatten heute ein Wort für jemanden und ich weiß nichts über diese Situation, aber das Wort kam. Und dann ist mir hinterher darüber berichtet worden, dass es wirklich der Hammer auf den Nagel war. Ich meine, das war für Glaubende, aber diese Worte der Erkenntnis werden auch fließen für Ungläubige. Du kannst ihnen Dinge sagen, wo sie genau wissen, dass du sie eigentlich nicht weißt und dann kannst du ihnen erwidern, diese Dinge weißt du, weil Gott es dir gezeigt hat. Ich meine, die Gemeinde ist weiser, viel weiser, wenn wir einfach in dem wandeln, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir einfach lernen, mit dem Heiligen Geist zu fließen und wirklich geleitet durch ihn zu sein. Und dass wir erwarten, dass er jederzeit auftaucht. Das ist der Schlüssel. Wir erwarten einfach, dass der Heilige Geist immer auftaucht. Wir haben einen Helfer. Das letzte Wort Jesu war also, wartet, empfangt diese Kraft, denn ihr werdet Zeugen sein und dann geht hin. Und direkt nachdem er das gesagt hat, fährt er empor. Direkt danach fährt er hoch. Und wo ist er hingegangen? Er geht hinein in eine Wolke. Eine Wolke von was denn? Hebräer 12, 1 sagt, dass der Himmel sozusagen Zuschauerränge von Zeugen hat. Und die lebendige Bibel drückt es folgendermaßen aus, dass sie unseren Taten zusehen. Sie beobachten uns dabei, wie wir die Werke Jesu auf Erden tun. Also wir haben sozusagen einen Fanclub. Wir sind hier unten und spielen das Spiel und sie sind Zuschauer. Sie schauen zu. Wisst ihr, ich bin mir sicher, sie wünschen, sie würden mitspielen. Und einige von ihnen waren auch im Spiel dabei. Im Neuen Testament. Und einige von ihnen waren im Spiel im Alten Testament dabei. Versteht ihr? So ist es also, dass die Bibel auch sagt, dass wenn wir zurück mit Jesus kommen, am Ende der Trübsalzzeit, wo er zurückkommt, um sein Königreich auf Erden zu bringen, dass wir zurückkommen werden. Es wird so wie diese riesige Wolke sein, die genannt wird, die Wolke der Zeugen. Zeugen sind die, die mit im Spiel waren. Sie waren draußen unterwegs und haben Zeugnis gegeben. Alttestamentliche und Neutestamentliche Zeugen. Sie waren auf Erden und waren im Spiel dabei. Und sie waren in den Zuschauerrängen. Und sie beobachten das Spiel. Halleluja! Ist das nicht kraftvoll? Und als Jesus dann also empor fuhr, ging er hoch in eine Wolke hinein. Und diese Wolke, was ich darüber glaube, denn wenn man in Matthäus 28 reingeht, oder lasst uns noch schnell in Matthäus 27 noch reinschauen, und wisst ihr, manche Leute verpassen das hier. Wisst ihr, dass Jesus nicht der Einzige war, der auferstanden ist am Tag der Auferstehung? Manche Leute verpassen diesen Punkt. Er war nicht der Einzige. Schaut euch das nämlich an. Geht mal in Matthäus 27 an. Und ich habe das nicht geschrieben. Matthäus 27 Aber ich will folgendes sagen, diejenigen, die auferstanden sind, sind deshalb auferstanden, wegen dem, was er getan hat. Es heißt dort im Vers 50 Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und in Vers 46 haben wir, wie er ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 51 Da heißt es, und siehe, der Vorhang im Tempel, und hier ist es wieder, da ist er in zwei gerissen. Warum denn? So, dass wir reintreten können und so, dass das, was drin war, auch rauskommen kann. Komm schon! Gott will, dass es rauskommt. Es kommt hervor. Wo kommt es denn hervor? Aus uns hervor. Aus der Gemeinde hervor. Es geht raus in die Straßen hinein. Raus in die Nachbarschaft. Raus in die Nationen, in die ganze Welt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja! Und da heißt es also, und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich Also jeder Fels wurde zerbrochen und die Gräber und hier ist es Die Gräber öffneten sich Die Gräber öffneten sich Wow! Die Gräber öffneten sich Und viele Leiber Es heißt nicht alle, sondern viele Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen Wer waren diese Heiligen? Das waren alttestamentliche Gläubige Die von neuem geboren wurden Und wann sind sie von neuem geboren worden? Jesus war am Kreuz Er starb Er ging in die Hölle Und dann kam er von der Hölle hervor hinein in Abrahams Schoß Er hat dort allen alttestamentlichen Heiligen ewiges Leben gegeben Sie kamen raus aus Abrahams Schoß Und einige von ihnen auf ihrem Weg zum Himmel haben hier Zwischenstopp gemacht mit ihren auferstandenen Leibern Es heißt nicht alle von ihnen, aber viele Wisst ihr, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid auf eurem Weg hinauf in den Himmel und dann plötzlich stoppt ihr hier auf Erden Vielleicht waren einige von ihnen erst kürzlich Verstorbene oder so Ich weiß es nicht Nun, wir haben dich vor fünf Tagen erst begraben Könnt ihr euch das vorstellen? Hier wird nicht viel davon berichtet Aber die Leute in der Stadt mussten über das alles reden Wisst ihr, letzte Woche erst Das haben wir Onkel Charlie begraben Und dann war dieses gigantische Erdbeben Und dann auch im Tempel dieser Vorhang der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte er hat sich von oben bis unten entzweigerissen Das muss ja was gewesen sein Und dann hörten wir plötzlich ein Klopfen an der Tür Was? Wir haben dich ins Grab gelegt Wir haben gesehen, wie du aufgehört hast zu atmen Wir haben dich einbandagiert Wir haben dich einbalsamiert Was? You know what I'm This is early rain Wisst ihr, was ich ja meine? Das ist Frühregen This is right before, you understand Wisst ihr, das ist direkt davor Das ist direkt vor Pfingsten Das ist direkt bevor das Gemeindezeitalter startete Und wir sind in diesem Prozess Reinzukommen vom Alten ins Neue Es heißt, und die Gräber öffneten sich Und viele Leiber Viele Leiber Der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt Wir sind zurück Und gingen aus den Gräbern hervor Nach seiner Auferstehung Und darüber habe ich nachgedacht Weil wisst ihr Es scheint so Dass sie aufwachten Aber sie fliegen ein bisschen in ihren Gräbern Können wir euch das vorstellen? Sie sind in der Wartestellung Sie warten Auf Jesus Und dann kommt er raus Und dann konnten auch sie rausgehen Es musste Jesus zuerst sein Rauszukommen Aber sie kamen raus Also Jerusalem wusste, was los war Und es heißt Und ging ihn aus den Gräbern Nach seiner Resurrecke Und ging ihn in die Heilige Stadt Und es heißt Und ging ihn aus den Gräbern hervor Nach seiner Auferstehung Und kamen in die Heilige Stadt Und Erschienen vielen Es war also nicht nur Jesus Der erschien Sondern auch die anderen, die gestorben waren Wow Als aber der Hauptmann und die Welche mit ihm Jesus bewachten Das Erdbeben sahen Und was da geschah Fürchteten sie sich sehr Und sprachen Wahrhaftig Dieser war Gottes Sohn Ich meine, der Punkt ist In Gottes Camp In Gottes Lager Sind alle möglichen Arten Von Zeichen und Wundern Und das sind ganz normale Dinge Das sind ganz normale Dinge Ich meine, damit sage ich jetzt nicht Dass sich andauernd immer wieder Die Gräber öffnen Aber was definitiv passiert ist Dass solche Dinge In dieser Art Sich immer wieder ereignen Und ich frage mich Wenn wir in den Himmel kommen Könnt ihr euch die Zeit Der Zeugnisse vorstellen Die wir dann haben Wisst ihr, so wie wir hier Zeugnis geben An einem Sonntag Über das, was Gott so tut Könnt ihr euch dann vorstellen Wie es im Himmel sein wird Es werden alle möglichen Arten Von Leuten auf die Bühne kommen Vielleicht werden wir das zu sehen bekommen Vielleicht sind die Dinge Aufgenommen, wie all das hier passiert ist Keine Ahnung, wie das sein wird Jedenfalls werden wir All das zu sehen bekommen Und ganz offensichtlich Hat Matthäus es gesehen Denn er schrieb darüber Versteht ihr? Und er ist derjenige Der das Ganze auch dann berichtet Ist das nicht kraftvoll? Das ist ein Zeugnis Hey Jungs All die Gräber Öffneten sich Und viele sind daraus hervorgekommen Und eine ganze Menge von Toten Sind auf einmal lebendig geworden Und sind in Jerusalem aufgetaucht Amen Amen So, let's go back to Acts 1 Lass uns damit zurück in Apostelgeschichte 1 Ich meine, allein mal Durchs Meditieren darüber Was alles in Jerusalem passiert ist Da kommt man in so viele Dinge rein Was man findet, wenn man drüber nachdenkt Diese Leute sind nicht nur auferstanden Sondern es war auch in vielen Fällen Eine Heilung und ein Wunder, das geschah Wow Diese Wolke also In die Jesus hinein ging und nach oben fuhr Folgendes ist, was ich darüber glaube Ich sehe nicht, dass die alttestamentlichen Heiligen auf der Erde blieben Sie kamen nur aus ihren Gräbern hervor und sind erschienen Aber ich sehe es nicht, dass sie auf Erden blieben Davon gibt es keinen Bericht Dass sie weiterlebten und mit der Gemeinde vorwärts gingen Vielleicht haben es einige von ihnen getan Aber ich weiß es nicht Aber es könnte sein Dass das eine Wundermanifestation war Und als Jesus dann in den Himmel auffuhr Dass sie mit ihm mit in den Himmel gingen Das ist es, was ich glaube, was passiert sein könnte Und es könnte sein, dass genau dies Die Wolke der Zeugen war Worüber die Bibel in Hebräer 12, Vers 1 spricht Dass diese in den Zuschauerrängen sozusagen Sitzen und uns anfeuern Und uns als Zeugen zuschauen Denn wenn ihr euch Hebräer 11 anschaut Da ist die Rede über all diese alttestamentlichen Heiligen Und wo ihre Werke berichtet werden Was sie im Glauben alles vollbracht haben Worüber es aber heißt, dass sie die Verheißung noch nicht hatten Worauf sie warten mussten Und in diesem Rahmen ist nicht die Rede gewesen Von der Taufe im Heiligen Geist Sondern von der Verheißung der neuen Geburt Sie empfingen die neue Geburt, als Jesus in den Schoß Abrahams ging Denn jede Person, die im alten Testament In dieser Art und Weise gestorben ist Ist an diesen Ort gegangen, der Abrahams Schoß genannt wird Also diese Toten waren bereits dort Und sie waren Teil der Gruppe von Leuten Die von neuem geboren wurden An diesem Ort Und das könnte diese Wolke gewesen sein Mit der Jesus nach oben ging Ich sage nicht, dass sie in körperlicher Form gingen Weil die Körper später verändert werden Versteht ihr, sie gingen hoch in Geistform Und dann werden sie zurückkommen Denn jeder, der oben ist sozusagen Wird dann, wenn Jesus wiederkommt Mit ihm zurückkommen Und sie sind dort als Geistwesen Und dabei werden dann die Leiber aus den Gräbern kommen Und zu dieser Zeit werden sie dann den Geist in der Luft treffen Halleluja Nun, habt ihr heute was gelernt Das ist es, was wir heute geben Morgen werden wir fortfahren Und dann werden wir ins zweite Kapitel reingehen Wir werden höchstwahrscheinlich bis dahin kommen Halleluja Seid ihr begeistert? Halleluja Danke dir, Jesus Danke dir, Jesus Danke dir, Jesus Vater, wir kommen vor dich Im Gebet Und wir beten jetzt Dass das, was du uns durch dein Wort zeigst Ja, dass wir eine Zunahme sehen können Wir sehen eine Zunahme der Leute im Leib Christi Die die Taufe im Heiligen Geist empfangen Und die vorwärts gehen mit dieser Kraft In dieser Endzeitbewegung Durch die Gemeinde auf Erden Die himmlische Kraft Die Kraft des Himmels auf Erden freisetzt Deine Kraft durch den Heiligen Geist Und die dein Wort hervorbringt Und Glauben entstehen lässt Und dann auch solche Zeichen und Wunder In Manifestation bringt Und du arbeitest mit deiner Gemeinde Du arbeitest mit deiner Familie Du wirkst mit den Glaubenden Du wirkst mit denen, die von neuem geboren sind Denen, die diese Kraft haben Diese dynamitmäßige Kraft des Heiligen Geistes Die Salbung, die auf Jesus kam Dass er hervorging und Wunder wirkte Die selbe Salbung Auf der Gemeinde Die selbe Gemeinde, die auf der Gemeinde gesehen wird Die selbe Salbung, die auf der Gemeinde gesehen wird Der Heilige Geist in uns Der Heilige Geist auf uns Und der Heilige Geist, der durch uns strömt Halleluja Halleluja Das ist es, was wir beten Halleluja Danke, Herr Und wenn du heute zuschaust Und du hast noch nie Jesus empfangen Als deinen Retter Er starb für dich Am Kreuz Er hat deine Sünde auf sich genommen Und du hast Sünde wegen dem, was Adam an Anfang tat Jesus wird der zweite Adam genannt Er hat das Problem des ersten Adams sozusagen behoben Die Bibel sagt, dass durch Adam die Sünde auf die Welt kam Aber durch Jesus kommt Vergebung, kommt Gerechtigkeit und Leben Wenn wir also Jesus als den empfangen Der für unsere Sünde gestorben ist Dann erkennen wir und anerkennen wir Dass er sich um unser Sündenproblem gekümmert hat Und er ging vom Kreuz dann in die Hölle Um das Sündenproblem zu beheben Denn das ist der Ort, wo Sünder hingehen Aber wenn wir Jesus annehmen Werden wir frei von dieser Sündennatur Wo wir diese Entscheidung treffen Jesus anzunehmen Und wo wir glauben, dass er sich um unser Sündenproblem kümmerte Wofür er dann aus den Toten auferstand Und wenn wir das glauben, haben wir durch Gottes Vergebung sein Leben All die Sünde verlässt deinen menschlichen Geist Und du empfängst Gottes Gerechtigkeit Nicht deine, sondern seine Also bete folgendes mit mir Um Jesus anzunehmen als deinen persönlichen Erretter Dass du dadurch Gottes Kind wirst Jesus, ich glaube an dich Ich glaube, dass du für mich gestorben bist Ich glaube, dass du meine Sünde am Kreuz auf dich genommen hast Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist Und ich glaube, dass du für mich aus den Toten auferstanden bist Das glaube ich Und ich glaube an dich als meinen Erretter Und Gott Du bist jetzt mein Vater Halleluja Danke dir, Jesus Danke, Jesus Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt in Gottes Familie Du bist ein Kind Gottes Und Gott ist gekommen, um in dir zu leben Wenn du hier in Deutschland lebst Sag uns doch Bescheid Und wir schicken dir eine Bibel zu Sodass du Gottes Wort lernen kannst Und das wird Wachstum im Herrn für dich bewirken Halleluja Danke, Herr Oh, Herr, wir danken dir Okay, lass uns jetzt Zeit im Gebet verbringen Wir haben ungefähr 20 Minuten Und wir werden heute Abend uns Zeit nehmen zu beten Und ich möchte, dass wir heute Abend beten Dass der Plan Gottes für uns diese Woche offenbart wird So wie wir an diesen Abenden zusammenkommen Denn jeder Abend wird ein bisschen anders sein Aber das ist es, was ich heute Abend habe Aber das ist es, was ich heute Abend habe